Guten Abend zu Impuls, das Wirtschaftsmagazin, hier im Programm von TV Turing. Unser heutiges Thema, fünf Jahre Prose in Würzburg oder, und das ist viel spannender, vom Insolvenzfall zum Weltmarktführer, wie das Ganze passiert ist, was hier hergestellt wird und wie die Teile aus dem Werk Würzburg weltweit eingesetzt werden, das wollen wir hinterfragen. Und gibt es hier Fachkräftemangel, gibt es Chancen, gibt es Perspektiven für Menschen, die hier gerne in der Region arbeiten, aber auch weltweit aufsteigen wollen? All das jetzt in der heutigen Ausgabe von Impuls. Beginnen wollen wir mit einem Beitrag, der das nochmal zeigt, was hier die letzten Jahre in der Nürnberger Straße in Würzburg passiert ist. Mit 100 Beschäftigten startete Siemens im Jahr 1957 die Produktion im Würzburger Werk. Damals wurden Motoren und Pumpen hergestellt. Durch seinen stetigen Ausbau erwirtschaftete das Werk bereits Mitte der 70er Jahre einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen D-Mark. Das Jahr 2005 läutete dann allerdings turbulente Zeiten für den Standort ein, denn der Siemens-Konzern plante die Verlagerung der Produktion nach Tschechien. 1.400 Arbeitsplätze standen damit auf dem Spiel. Mit Demonstrationen erstritten sich die Mitarbeiter allerdings eine Arbeitsplatzgarantie bis 2010. Doch schon zwei Jahre später, im Juli 2007, wurde die gesamte Elektromotoren-Sparte von Siemens VDO und damit auch das Werk Würzburg an Continental verkauft. Wieder mussten die Beschäftigten um ihre Stellen bangen. Ende 2007 dann die Wende. Brose übernimmt das Elektromotorengeschäft von Continental und damit auch das ehemalige Siemens VDO-Werk. Am 2. April 2008 wurde mit dem Day One, dem offiziellen ersten Tag in der Brose-Gruppe, ein neues Kapitel am Standort Würzburg aufgeschlagen. Seitdem hat das Familienunternehmen kontinuierlich in die Modernisierung des Standortes investiert. Heute sind in Würzburg, dem weltweiten Headquarter für das Brose-Elektromotorengeschäft, 1.700 Mitarbeiter beschäftigt. Und wir sind jetzt quasi im Herzstück des Brose-Standorts in Würzburg in der Fabrikationshalle. Neben mir der Geschäftsführerbereich Motoren, Reinhard Kretschmer, der diesen Standort sehr, sehr gut kennt, von Anfang an dabei war und auch beim Vorgänger schon mitgearbeitet hat. Wie sieht denn Ihr ganz persönliches Fazit aus? Fünf Jahre Brose in Würzburg. Seit Brose diesen Geschäftsbereich und auch hier den Standort Würzburg übernommen hat, haben wir 80 Prozent Wachstum erreicht. Wir machen in unserem Geschäftsbereich 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Und allein der Standort Würzburg, der, wie Sie wissen, ja mal auf der Kippe stand und kurz vor der Schließung war, macht eine halbe Milliarde Euro. Wir haben zwölf neue Motorengenerationen entwickelt, 200 Patente angemeldet. Wir haben 200 feste neue Arbeitsplätze alleine hier geschaffen. Und wir sind in fast allen unseren Produktsegmenten Weltmarktführer Nummer 1. Und worauf ich besonders stolz bin, wir machen mittlerweile 60 Prozent unseres Umsatzes mit Produkten, die es vor drei Jahren noch gar nicht gab. Was machen Sie denn anders, außer diese Innovationsfreudigkeit, als Ihre Vorgänger? Ich kann mich sehr gut erinnern, rote Fahnen, verzweifelte Menschen, die ihren Job verloren haben, die um den Job gebangt haben. Es war ein Spielball der Großen. Und dann kam dieses kleine Familienunternehmen Brose daher. Und die Schlagzeile eigentlich für mich ist vom Insolvenzfall zum Weltmarktführer. Was machen Sie anders? Also ich denke, zunächst einmal hat sich die Voraussetzung für diesen Geschäftsbereich und auch für das Werk hier mit Brose geändert. In der Siemens- und in der Continental-Konzernstruktur war das Motorengeschäft ein Randgebiet. Das waren Elektronikkonzerne und man hat sich dort nicht tief genug mit den Themen beschäftigt, auch nicht genügend investiert, meiner Meinung nach. Mit Brose ist dieses Gebiet, das Motorengeschäft, zu einem strategischen Kernpunkt geworden. Und ich denke, damit haben wir zunächst einmal ganz andere Voraussetzungen. Das Zweite, was eben sehr wichtig ist, Brose konnte die Vorteile eines Familienunternehmens hier voll ausspielen. Mich hat sehr beeindruckt, es wird langfristig gedacht. Wir haben sehr viele Investitionen bekommen. Für das Motorengeschäft 300 Millionen. Und allein hier in Würzburg, Sie sehen die ganzen neuen Maschinen, haben wir 130 Millionen Euro investiert. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, mit Brose kam eine Firmenkultur, die hochprofessionell, die schnell, die unternehmerisch, die kundenorientiert ist. Und ja, im Management, das eine sind Pläne und Strategien, aber die Königsdisziplin ist die Umsetzung. Und das kann diese Firma sehr, sehr gut. Und ich denke, das ist uns sehr gelungen. Am Schluss, es ist immer die Firmenkultur, die den Erfolg ausmacht. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel gehört. Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben das auch mal so ein bisschen zusammengefasst, damit man dann auch mal wirklich sieht, anhand dieser Daten, was sich hier getan hat die letzten Jahre. Brose wurde 1908 in Berlin von Max Brose gegründet. Heute ist das Unternehmen nach Umsatz der fünftgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz weltweit. Michael Stoschek, Enkel des Firmengründers Max Brose, übernahm 1971 im Alter von 23 Jahren die Leitung des Automobilzulieferers. Damals hatte Brose 1.000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 55 Millionen. Als er den Vorsitz der Geschäftsführung 2005 an Jürgen Otto übergab, beschäftigte der Automobilzulieferer rund 9.000 Mitarbeiter, die einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erwirtschafteten. Das Unternehmen ist heute an 58 Standorten in 23 Ländern vertreten. 22.000 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Systeme für Fahrzeugtüren, Heckklappen und Sitzstrukturen sowie elektrische Antriebe. Für 2013 erwartet die Brose-Gruppe einen Jahresumsatz von 4,7 Milliarden Euro. In Franken unterhält der Zulieferer Entwicklungs- und Produktionsstandorte in Würzburg, Hallstatt bei Bamberg und Coburg und beschäftigt dort rund 6.600 Mitarbeiter. Brose engagiert sich für das gesellschaftliche Umfeld seiner Standorte. So ist das Familienunternehmen nicht nur Namenssponsor der Brose-Baskets Bamberg, sondern unterstützt auch die S. Oliver-Baskets in Würzburg. Sie sehen die Sendung Impuls heute zum Thema 5 Jahre Brose am Standort Würzburg oder Untertitel, und das ist das Erfreuliche für die Region, vom Insolvenzfall zum Weltmarktführer. Jetzt sind wir hier inmitten Ihrer Fabrikation. Sie haben so viel von den Patenten erzählt und von sonstigen Dingen. Aber was wird hier genau gemacht? Also zunächst einmal produzieren wir hier Elektromotoren. Wir haben insgesamt 100 Millionen Motoren, die wir jährlich produzieren. Und hier im Werk Würzburg sind es 25 Millionen. Nun muss man, wenn man diese Produktpalette anschaut, differenzieren zwischen, ich sage einmal, Motoren der älteren Generation und dann hochinnovativen Produkten, die im Wesentlichen elektronisch angesteuerte Motoren sind. Und hier, wir kommen aus Elektronikkonzernen, haben wir uns technologisch nach vorne geschoben und machen hier Produkte, die man braucht, um CO2 zu sparen, um Benzineinsparungen zu machen, aber auch um den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen. Als Würzburger kann man dann auch einen gewissen Stolz haben, weil jeder dritte Elektromotor, der in einem Fahrzeug eingebaut wird, der kommt hier aus Würzburg, sei es für Fensterheber oder für Sitzverstellung oder, oder, oder. Ja, das ist genau richtig, wobei wir natürlich auch Schwerpunkte haben. Wir entwickeln unsere Produkte mit den Innovationsführern, die im Moment in Deutschland sind, wie der BMW, wie Daimler, wie VW oder Audi. Aber wir weiten uns im Moment sehr stark aus, auch Richtung Asien. Wir haben erst neulich einen John Venture gegründet und haben den ersten Motor in Seoul für den Kunden Hyundai produziert. Jetzt ist es ja nicht mal wie früher, dass man Mitarbeiter loswerden will, sondern man sucht sie händeringend. Wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Was machen Sie als Brose, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Also ich denke, was wir als erstes bieten können, was das Wichtigste für Mitarbeiter ist, wir können Zukunft bieten. Das Beste für einen Mitarbeiter ist, in einem Unternehmen zu arbeiten. Sie wissen das von anderen Fällen auch hier in der Gegend, was finanziell gesund, gut aufgestellt ist, was erfolgreich ist, was global positioniert ist und was wächst. Damit können wir Mitarbeitern natürlich Weiterentwicklung, Karrieremöglichkeiten bieten. Auch als Familienunternehmen wieder eine wesentlich schnellere Übernahme von Verantwortung. Sie wissen vielleicht, wir haben seit ein paar Monaten eine Straßenbahn hier in Würzburg mit der Aufschrift von Brose, in Würzburg einsteigen, international aufsteigen. Das ist kein leerer Slogan, das meinen wir eigentlich wörtlich. Die Aufgabe hier von Würzburg ist es, nicht nur die Produkte zu entwickeln, sondern auch hier in der Fertigung die Produktionstechnik reif zu machen. Aber wenn wir diese Produkte haben, wird nur ein geringerer Teil hier in Europa produziert. Die Märkte wachsen in Asien, sie wachsen in der NAFTA-Region. Das heißt, wir müssen dann diese Technik in die Welt zu unseren Kunden bringen. Und das ist die Aufgabe hier dieses Headquarters, dieses Stammsitzes in Würzburg. Und das gilt nicht nur für Manager, das gilt gerade auch für Produktionsmitarbeiter. Und die schätzen das besonders. Ich weiß das von Konversationen, wo man den einen oder anderen in Shanghai trifft oder in Südamerika trifft oder in Detroit trifft. Also hier bringen wir auch Dynamik in unsere Firma. Also da sind wir schon mitten im Thema Zukunftsaussichten, Visionen. Und wo sind Sie denn zukünftig, das Werk Würzburg? Ja gut, wie schon gesagt, ist Würzburg das Headquarter hier, der Stammsitz und das Zentrum, von dem wir alles steuern. Unser Ziel ist es ganz klar, Technologieführerschaft zu behalten oder auszubauen. Und dazu brauchen wir auf der einen Seite unsere Kunden, die hier in Europa sitzen. Und dazu brauchen wir natürlich exzellente Mitarbeiter, die diese Technik hier mit uns weiterentwickeln. Die Zukunft eines jeden Werkes, eines jeden Geschäftsbereiches liegt darin, dass sie Produkte anbieten, die die Kunden benötigen. Und in unserer Branche im Moment redet jeder über das Elektroauto, aber was wirklich passiert ist, die Elektrifizierung des Autos. Start, Stopp, Hybrid und andere Dinge. Das heißt, alles, was früher einmal Riemen angetrieben war oder hydraulisch angetrieben war, das wird jetzt zugeschaltet, wenn man es braucht, mit Elektromotoren. Und in diesem Feld tummeln wir uns und unsere Limitationen im Moment sind unsere Ideen und die Investitionen. Also von daher bin ich für die Zukunft sehr optimistisch. Also gute Nachrichten für alle, die hier in Würzburg am Standort arbeiten oder es zu planen. Dankeschön für die Information. Willkommen zurück zur Sondersendung 5 Jahre Brose in Würzburg. Wir befinden uns jetzt im Vorführraum bei Brose, um mehr über die Produkte zu erfahren. Doch bevor wir das tun, möchten wir Ihnen noch eine Besonderheit bei Brose zeigen, nämlich die Brose-Arbeitswelt. Hinter der Bezeichnung Brose-Arbeitswelt steht seit der Einführung 2001 ein innovatives Arbeitszeit- und Organisationsmodell für alle Mitarbeiter. Variable Arbeitszeiten, ergebnisorientierte Vergütung und ein flexibles Bürokonzept sind nur einige Bestandteile dieses fortschrittlichen Konzepts. Gerade für Mitarbeiter mit Kindern wie Ruth Fischer bietet die Brose-Arbeitswelt viele Vorteile. Sie ermöglicht mir Freiräume, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. So kann ich morgens meine Kinder mal später in die Schule bringen, dafür bleibe ich abends etwas länger. Oder ich kann von zu Hause aus arbeiten, wenn die Kinder mal krank sind. Sie gibt mir ein gutes Gefühl, meine Arbeit fürs Unternehmen zu leisten und trotzdem für meine Familie da zu sein. Darüber hinaus bietet das Familienunternehmen seinen Mitarbeitern umfangreiche Sozialleistungen. Diese reichen vom Gesundheitsmanagement und der betrieblichen Altersvorsorge über eine eigene Mitarbeiter- und Familienbetreuung bis hin zur Betriebsgastronomie und den Brose-Sport-Events. Die fortschrittlichen Personalkonzepte von Brose finden auch außerhalb des Unternehmens hohe Anerkennung. Bei externen Arbeitgeber-Rankings erzielt das Familienunternehmen regelmäßig gute Platzierungen. Bei mir ist Herr Leicht, Leiter für Klimatisierung und elektronische Bremssysteme bei Brose. Hallo Herr Leicht. Ja, guten Tag. Brose produziert jährlich rund 100 Millionen Elektromotoren. Wo kommen die denn im Fahrzeug zum Einsatz? In einem Mittelklasse-Fahrzeug finden Sie heute 40 bis 80 Kleinmotoren. Ein Auto der Luxusklasse hat dann schon eher über 100. Brose bietet dabei ein Leistungsspektrum von 80 Watt bis hin zu einem Kilowatt an. Das ist dann etwas mehr als 1 PS. Und diese kräftige Leistung brauchen wir für den Kühlerlüfter, um den Verbrennungsmotor zu kühlen. Wir haben auch Produkte im Bereich der elektrischen Lenkung, Aktuatoren für Getriebeanwendungen, Doppelkupplungsgetriebe, Automatikgetriebe, Heizungs- und Klimagebläse, Pumpenantriebe für die Bremsen und natürlich last but not least die elektrischen Fensterheber, wo wir ja pro Fahrzeug zwei bis vier Stück verbauen können. So kommen dann leicht die 100 Millionen im Jahr zustande. Durch unsere Antriebe wird das Fahren komfortabler, sicherer, aber auch umweltfreundlicher. Denn unter Zuhilfenahme der Motoren kann der Fahrzeughersteller bis zu 20 Gramm Schadstoffausstoß pro Kilometer einsparen. Eines Ihrer Produkte ist ja in vielerlei Hinsicht Weltspitze. Welches Produkt ist denn das? Ja, Sie sprechen unser neues Heizungs- und Klimagebläse an, das nächstes Jahr in Serie gehen wird. Es ist etwa 30 Prozent kleiner und leichter als herkömmliche Lösungen. Und der besonders hohe technische Wirkungsgrad ist hier zu erwähnen von 80 Prozent. Das heißt, von der hineingesteckten elektrischen Leistung sind am Schluss 80 Prozent auch tatsächlich nutzbar. Damit sind wir etwa 10 bis 20 Prozent besser als übliche Anwendungen. Besonders sensibel bei Heizungs- und Klimagebläsen ist natürlich das Thema Geräusch. Das Gebläse läuft ja praktisch immer und wir sind auch sehr nah am Innenraum, an den Insassen. Und da ist die Sensibilität natürlich für Geräusch besonders wichtig. Und da haben wir einen neuen Meilenstein erreicht. Ihre Produkte helfen ja auch dabei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns? Ja, einen großen Beitrag hierzu liefert unsere Luftklappensteuerung. Sie sorgt für eine bedarfsgerechte Kühlung des Motors. In zwei Fahrzuständen ist es besonders interessant, die Front zu verschließen. Zum einen mal in der Aufwärmphase des Motors. Erst der betriebsarme Motor hat einen optimalen Kraftstoffverbrauch und damit auch Schadstoffausstoß. Der andere Betriebszustand ist das Fahren bei mittlerer Leistung. Hier ist keine aktive Kühlung erforderlich. Und das Motorsteuergerät kann die Klappen schließen, sodass der Luftwiderstand des Fahrzeuges um bis zu 14 Prozent reduziert werden kann. Und das resultiert dann in einem Schadstoffausstoß, der um 5 Gramm pro gefahrenem Kilometer niedriger ist. Dankeschön, Herr Leicht, für den kurzen Einblick. Natürlich wäre ein Unternehmen wie Brose nicht so erfolgreich, wenn es nicht großen Wert auch auf die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter legen würde. Wir stellen Ihnen nun die Berufsausbildung bei Brose vor. Brose bildet in acht kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen aus. Zudem bietet der Automobilzulieferer duale Bachelorstudiengänge in vier wirtschaftswissenschaftlichen und technischen Fächern sowie ein Studium mit vertiefter Praxis in drei Bereichen an. Seit 2008 gibt es die Brose Junior Company, in der die Azubis unternehmensintern eigene Aufträge übernehmen. Für uns Auszubildende gibt es speziell im zweiten Layer die Brose Junior Company. Das bedeutet, wir übernehmen Aufträge oder Projekte von der Firma, bearbeiten diese und erweitern somit unsere Fähigkeiten und Grundkenntnisse. Brose schenkt uns da schon viel Vertrauen, auch dass wir eben Projekte anfertigen, die auch für die Produktion letztendlich gebraucht werden. Wir sind jetzt nicht nur an dem Standort gebunden. Wir haben auch in der Ausbildung die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten, wie zum Beispiel Mexiko oder China, und arbeiten dort fest mit dem Werk. Über 300 Auszubildende und Studenten dualer Hochschulstudiengänge zählt die Brose-Gruppe weltweit. 85 davon arbeiten am Standort Würzburg. Auch nach Abschluss der Ausbildung unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiter bei der Weiterbildung. Unter dem Dach der Brose-Akademie werden eine Vielzahl interner und externer Programme und Schulungen angeboten. Ziel ist es, die Stärken zu identifizieren und gezielt zu fördern. Damit eröffnen sich jedem Brosianer vielfältige Chancen. So, wenn Sie also mal hier in der Zukunft vorbeifahren, in der Nürnberger Straße in Würzburg, und Sie lesen Brose, dann wissen Sie jetzt auch, was hinter den Kulissen so alles passiert, und dass man hier in Würzburg durchaus stolz auf das Geleistete sein kann. Das war Impuls, unser heutiges Thema, fünf Jahre Brose in Würzburg, vom Insolvenzfall zum Weltmarktführer. Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017